ja meine freunde einen wunderschönen guten abend ich hoffe es geht euch gut ja in fast ganz westeuropa ist das sonnig 30 grad werden viele ausgeknackt und ja da braucht man wieder sonnenbrillen ich habe mir mal jetzt eine geklärt roberto cavalli also ein schönes modell nicht alltäglich mal keine ray band jeder so daher gelaufen mit dem trägt meist gefälscht was ich heiße dass man schlechte brillen sind also ich bevorzuge ray band ganz weit vorne bei mir aber es gibt natürlich auch amerikan optik es gibt roberto cavalli es gibt auch sehr sehr gerne sachen von versace auch ein paar sportliche sachen ja ich werde mich vielleicht mal meine sonnenbrillen den nix zeigen die kennt ja schon heute mal am rechten angelenk weil das linke hat eine andere uhr die zeigen sich auch mal bei gelegen hat ich habe hier angekündigt ich werde definitiv aktiver werden egal mit was irgendwas werde ich euch schon bringen auf jeden fall wird es unterhaltsam sein es wird natürlich wie immer einigen leuten nicht gefallen die ersten aasfresser kommen schon aus ihren löchern gekochen hetzen sticheln verleumten beleidigen aber um die aasfresser um die kümmern wir uns gar nicht mehr werben wenn überhaupt der schlange der falschen schlange oder linken hatte den kopf abschlagen und uns nicht um die unwichtigen kakalaten kümmern ein level ist ja auch kein aas würde ja nie anrühren der wird eher sterben als arzt zu pressen das machen halt hiemen arzgeier und irgendwelche triechtiere kakalaten kann also meine beule es wird wild schnalldurch an peace out that i need no more cause bitch i said what they said i'd rather be famous instead i let all that get to my head